Baby Puppen Hallo meine lieben Freunde, ich bin die Irene. Hört ihr das? Ich glaube Annabelle weint schon wieder. Na Annabelle, was ist denn passiert? Ah, du hast hier einen Fleck. Ich hole ein Tuch und dann können wir das weg machen, okay? Nein, kein Tuch. Umziehen, umziehen. Ach, du willst nicht umziehen. Na dann bringen wir etwas aus dem Schrank. So, das hier ist Annabelles Schrank. Hier, ein sauberer Pullover für Annabelle. Komm Annabelle, wir ziehen uns um. Hoppa. Ein sauberer Pullover. Das macht dir Spaß, oder? Das macht dir Spaß. Und jetzt der saubere. So. Das eine Hand. So. Die andere Hand. So. Und jetzt den Kopf. Oh, der Pullover ist zu klein. Annabelle, du bist groß geworden. Ich glaube, wir müssen jetzt neue Kleidung kaufen. Ja, einkaufen. Na dann, lass uns ins Geschäft gehen. Ein Bein. Und das zweite Bein. Hoppla. Und der Fisch kommt auch mit. Und jetzt ab ins Geschäft. So. Hallo, Pepper. Hallo, Irene. Hallo, Annabelle. Ja, heute spiel ich Verkäuferin. Schaut euch um. Gefällt euch was für mein Geschäft? Ein schönes Geschäft hast du, Pepper. Annabelle, lass uns mal schauen, was es hier alles gibt. Schau mal, eine Schürze. Flügel. Und, oh, schau mal, was für ein schöner Hosenanzug. Schau mal, noch ein Anzug. Ja, der ist schön. Hier mit rosa, grau und grün. Und die Schuhe sind auch schön. Oh, und schau mal, dieses gelbe Kleid hier. Und, und das hier. Hier mit dem Dinosaurier. So viele schöne Sachen. Ich weiß gar nicht, was wir aussuchen sollen. Ich will alles. Lass uns alles kaufen. Alles? Na, Annabelle, lass uns nur das Schönste nehmen. Wir nehmen das Kleidchen mit dem Dinosaurier. Hier diesen weichen Anzug. Und die Schuhe. Ja, ich bin die Schuhe. Also, ein Anzug, ein Kleid und ein paar Schuhe. Moment, ich rechne das nach. Bing, 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 bing. Und euer Rest. Danke, Peppa. Na, und jetzt gehen wir das anprobieren. So, Annabelle, was davon möchtest du jetzt anziehen? Hier, den Anzug. Und dann gehen wir in den Sandkasten spielen. Dann lass uns jetzt umziehen. Hier kommen die Füßlein. Hopp. Hopp. Bist du gifflig? Und jetzt die Hand. Und zukletten. Und zukletten. So. Tada. Und jetzt in den Sandkasten. Aber bevor du rausgehst, ziehen wir dir erstmal noch die Mütze an. Hier. So ist es hübsch. Und wohin ziehst du dieses Kleidchen an? Zum Picknick. Bleib du erstmal ein bisschen sitzen. Und ich bring das hier in den Schrank. Eins. Und zwei. Und hier kommen die Schuhe rein. Und jetzt los auf in den Sandkasten. Und du? Magst du es auch, neue Sachen zu kaufen? Schreibt mir das in den Kommentaren. Ansonsten, man sieht sich. Tschüss.